Oh, Noni. Lol. Link, was tust du, du Spast? Was ist mit dir? Boom, Alter. Der Erste wäre weg. So. Bam. Och, hört doch auf damit, ihr Nervensegen. So. Ich krieg euch noch. Und zwar alle. Jetzt wollen wir hier einfach mal auf. Oh, schade. Komm her, komm her. So. Jetzt zu dir, Freund. Na komm. Na komm, wo bist du? Ja. Haha. Oh Gott, es lebt noch auf. Boah, Alter, dieser Schallangriff. Fantastisch. Ja, wie willst du mit angreifen, Link? Wie siehst du denn auf? Oh, perfekt. Ha. So geht's nämlich auch. Leck mich doch am Arsch. Jetzt einfach vorbei hier. Oh, Link. Oh, hör doch mal das Glättern auf. Bist du denn ein Affe? Wahrscheinlich ja, nach den ganzen Bananen. Ah. Ich mag Statspassagen nicht. Ich mag Statspassagen nicht. Das macht die Statspassage hier nicht schlecht. Ich mag sie nur absolut nicht. Insgesamt? Allgemein? Magst du sowas? Allgemein im Spiel nicht? Ich mag das eigentlich schon relativ. Nur, jetzt ist einfach vorbei. Also jetzt hier, ne? Reicht einfach. Hier sind sehr viele. Und hier sind nochmal drei. Kämpfen ist dann doch ein bisschen herausfordernder jetzt gewesen. Das hat doch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Okay, hier sind halt vier. Mindestens. Naja, gut. Ich habe schon ein paar besiegt. Aber... Das sind einfach vier. Das kriegt... Fünf. Wow, das kriege ich nicht so einfach hin. Du kannst das hier nicht in die Hand... Willst du mich verarschen? Ich will meine Banane in die Hand nehmen, Mann. Was soll denn das? Ah ja, guck mal. Da unten liegen... Ah ja. Ich habe die Edelsteine gesehen. Ich gehe mal einfach... wieder da hoch. So. Ich glaube, das ist eine sehr gute Position von hier. Für irgendwas. Wenn ich die halt auch one-hitten könnte, weißt du? Das wäre natürlich geil. Okay. Aha. 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 Wie kriege ich jetzt den Scheiß hin? Hä? Da geht der Leiter runter? Warte mal. Was? Nee, nur... Nur woanders hoch. Ach, wie mies. Ah, scheiße. Und wie komme ich aufs Dach vor allem? Nee. So eine Scheiße hier. Ich bin einfach furchtbar schlecht darin. Naja, ich bin ja auch nicht gerade besser, oder? Ach ja. Ja, gut. Ähm. Ja, wie gesagt, allgemein mag ich sowas schon. Aber das kann sich halt auch übelst ziehen, wenn man wirklich durchschleichen will. Dann geht das auch ein bisschen. Eine Weile. Oh, Digga. Wäre ich jetzt runtergefallen. Ah, guck mal. Ah, verstehe. Das hier kann ich zerbrechen. Und dann liegt da eine Banane auf dem Boden. Ja, witzig. Ha, Mensch. Ich schüttel eine Banane und frag mich, was da drin ist. Ja, geil. Eine Banane. Ja. So ist das nämlich. Zack. Guck mal hier. Ja, ne? Da freust du dich jetzt. Über eine schnieke Banane. So. Okay. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Och, fick dich. Ja. Lieb ich. Total fantastisch. Wow, ist ja der Wahnsinn. Oh, geil. Ja, okay. Jetzt geht das Camp wieder los. Hier, Freunde. Na gut. Dann leck ich doch halt alle irgendwie kreuzweise an meiner Banane. Ganz ehrlich. Oh, fuck. Und wenn dann Link auch noch richtig geil rumklettert, ne, dann ist das natürlich noch viel besser. So. Hier ist noch mal eine Banane. So, hier kann ich hoch. Das ist fantastisch. Moment. Hä? Ich wollte schon sagen. Lol, nicht du schon wieder. Ne, 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 ne. Verpiss dich. Okay, cool. Oh, das ist fantastisch. Geil. Ich glaube, ich muss hier raus. Ich gehe, es geht nicht. Okay, Concentration, Freunde. Concentration. Pass mal auf. Ich muss jetzt erst mal. Oh, Alter. Das ist halt schon. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist zu hart. Das schaffe ich nicht. Ihr seid doch nicht. Ja, ne, ist klar. Ja, ne, ist klar. Wie viele sind das? Ja, ne, ist klar. Drake. Was? Vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wünsche dir wunderbar. Hallo. Hallo erst mal. Vielen Dank für deinen wunderbaren Host. Oh, leck mich am Arsch. Nee. 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 Drake, das war... Äh... Glaube ich nicht. Oh, ne, Alter. Hätte ich auch Bananen runterschissen können. Folgen die mir hierher. Ja, ne? Ja, alle am besten noch. Mhm. Klar. Ja, moin. Oh, Gott. Ja, alle. Alle. Ja, kommt woher. Mhm. Ich liebe euch alle. Mhm. Oh, nee. Ich klappe. Na, Drake. Wie geht's? Ich hoffe, besser als ihr. Da habt ihr Freunde. Ja, ganz viele. Ganz viele neue Freunde, Mensch. Das sind, glaube ich, äh... Dein... Das ist, glaube ich, dein Host. Glaube ich. Habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ja. Die, ne? Die verfolgen mich hier. Das ist Wahnsinn. Ich habe neue Follower. Hahaha. Schön. Ach, nee. Ach, jetzt lebt der auch wieder. Ah, das ist ja fantastisch. Äh, alles klar. Hm, wenn du sie bekämpfen würdest, könntest... Ja! Link! Ohne Scheiß. Wie soll ich die... Es sind jetzt beide wieder da. Willst du mich wirklich komplett verarschen? Also, wenn ich rausgebe, wird es resettet, ja? Ich... Wie soll ich die denn besiegen? Sagt ihr behindert? Ah. Menno. Der Gekko ist VIP. Ich glaube auch mindestens. Äh. Stimme ist immer noch am Arsch. Oh je. Sonst gut, kann das 400 Abos bei schon noch nicht aufnehmen. Und streamen strengt so sehr an. Das kann ich verstehen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Ist es nur die Stimme? Sonst geht's? Vielleicht... Weiß nicht. Irgendwie so Honig... Honigbonbons? Honig Milch? Oder so? Irgendwie so vielleicht? Heiß... Heiße Sachen. Honig... Viel mit Honig, äh... Könnte ich, äh... Empfehlen. Aber immerhin geht Banjo-Tui mit Part 69 zu Ende. Ja, das, äh... Habe ich schon mitbekommen. Das ist fantastisch. Was kommt denn danach? Weiß ich das schon? Hast du das schon gesagt? Was kommt denn nach Banjo-Tui? Banjo-Kazooie möchte ich übrigens auch irgendwann mal let's playen, ne? Das... Es... Es steht so viel auf meiner Liste. Ach ja. So, also. Gehen wir mal wieder nach unten. Und da sind jetzt wirklich beide wieder, ja? Habe ich gehört. Ja, natürlich. Oh, wow. Freunde, dann müssen wir uns hier wirklich irgendwie durch... Schleichen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ganz ehrlich. Oh Gott. Ich hasse euch alle. Ja, gut. Dann wollen wir mal. Äh. Und ansonsten müssen wir hier bleiben. Ja, weißt du? Wieso kann Link mit der Banane nicht schleichen? Was ist das? Warum muss er denn dabei aufstehen, wenn er die Banane in die Hand nimmt? Ich verstehe dies nicht. Hast du die Banane gesehen, mein Lieber? Ja? Ja, guck mal. Ja, super geil, oder? Tschüss. Hä? Ja, dann halt nicht. Ist mir egal. Ich bin weg. Äh. Äh, Freunde. Was war das? Der, wie, was, wo? Was ist denn jetzt los? Was? Was? Was sind das für Geräusche? Hat da jemand eine Banane entdeckt? Mensch. Apropos. Da vorne. Wow. Äh, 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 äh. Oh, Mann. Dreh dich um. Ja. Aha. Ja. Aha. Ja. Oh, Mann. Hä? Was? Wo? Wieso? Warum? Wieso? Was ist das denn? Wie? Was? Wo? Warum? Der oder was? Wo? Er hat nicht mal irgendwas gesagt von wegen, Jo, ich hab dich entdeckt. Sondern er hat mich einfach entdeckt. Oh, mein Gott. Ich hasse mich alle und eure Kinder. Mensch. Ey, ohne Witz. Ich steck euch gleich eine Banane in den Hals. Ey, wo bin ich? Was geschieht hier? Na, nun. Nink. Mach irgendwie keine Faxen. Hm. Verdammte Schande, Alter. Jetzt muss ich hier alle besiegen. Es geht nicht anders. Ich muss hier alle besiegen. Ah, okay. Viel Spaß. Lol. Ah, zünden. Mensch, da hab ich ja direkt eine zündende Idee. Ah, 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 ah. Hm. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Geil. Fantastisch. Und, was macht ihr heute Abend noch so? Das ist ja Wahnsinn, oder? Mensch, geil. Diese Schleichpassage, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Wie wir hier durchschleichen. Fantastisch. Mettel, die Sonne, das ist ein Scheiß dagegen. Wow. Oh ja, geil. Oh, mh, oh, mh. Selber weggebummst. Wunderbar. Mensch, das ist ja fantastisch. Wow, wow. So wenig Gegner hab ich ja noch nie gesehen. Die Wächter sind ein Kack dagegen. Das ist ja der Wahnsinn. So, was war hier für euch? Ach Gott, Alter, Leute. Oh Gott. Ja, was wollt ihr jetzt? Ja, okay, tschüss. Weißt du, wenn die mich einmal treffen, Alter. Die One-hitten halt direkt. Das ist halt der Witz. Ah, fantastisch. Was ist, wenn ich da hochgehe? Mensch, Schweine. Oh, ja, geil. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Au. Verpiss dich. Ah, ja, geil. Was ist das denn? Laufen sie bitte jetzt. Gott, Alter. Nee, ne? Das ist halt echt fantastisch hier. Na. Oh Gott. Das kann halt Gott sei Dank jetzt überhaupt nicht lang dauern. Bis ich sterbe. Oh, au. Was sind ihr kleinen Ziegen, Zigeuner? Ihr geht mir so richtig auf den Arsch. Wow, was war das? Nein, bitte. Geh. Geh einfach. Verp... Oh, Link. Du. Besteiger der ganzen... Oh, hör auf, Sachen zu besteigen. Ich besteig dich gleich, Alter. Was ist das denn? Ja, genau. Oh. Ja, da lacht ihr, ne? Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott. Oh. Bums. Herrlich. Fantastisch. Ich kann euch gerade nicht lesen. Es tut mir leid. Ich bin hier ein bisschen beschäftigt. Au. Hallo. Einschlag, ihr. Mensch. Hm. Oh, ihr Kleinen. Das war schon mal wichtiger. Oh, nee, 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 nee. Ich dachte, du wärst ein kleiner. Oh Gott, Alter, ey. Wohin wirft er? Egal. Okay. Hm, noch nie. Ich fang an zu schnitzen. Ey, ohne Witz. Na, na, hier fallen lassen wir. Bums. Die Bums. Bums. Hey, ey. Bums. Oh Gott. Fantastisch, oder? So viele neue Freunde, Mensch. Ich liebe meine neuen Freunde. Das ist so schön. Wir haben so viel Spaß hier. Wir lachen alle so herzlich. Ja, das ist so toll. Wow. Noch nie so viel Spaß gehabt mit meinen neuen Freunden. Oh, leck. Ich hab' den Arsch gedeckt. Oh Gott. Oh, Alter. Ja. Oh, ui, 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 ui. Okay. Kommen sie hierher. Ich seh' nichts mehr. Oh, Noni. Oh, oh, oh. Hm, 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 hm. Äh, zu viel. Ich kann echt nicht. Es tut mir leid. Ich kann echt nicht auf den Chat eingehen gerade. Muss ich alles nachholen gleich. Irgendwann. In 100 Jahren. Oh, aua. So, die Treppenziegerne. Wo bist du? Nein. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, das ist gut. Oh, Leute. Oh. Oh, ich hab den getroffen. Der ist weg. Der ist einfach weg. Geil. Keine Bogen schnitzen mehr. Schnitzen. Ja, schnitzen. Genau. Oh, verpiss dich. Mhm. Achso, wir haben ja auch Mifa noch, ne. Wir können ja nicht One-Hit-Stockern. Moment. Mifa hat uns hier wirklich geholfen. Nein. Das ist ja richtig dumm. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Warte. Oh mei, also. Oh Gott. Okay, wow. Armer Gecko. Ja. Ähm, ja. Es war der Typ links von dir, nicht der vor dir. Ich weiß, es war der links, aber irgendwie, das hab ich nicht ganz verstanden. Ocarina of Time 100%. Und Bunche Tune mit meinem Orientierungs- und göttliche Hilflosigkeit. Oh, das, 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 das glaube ich dir. Das war bestimmt funny. Oh Gott, Ocarina of Time 100%. Ach du Scheiße. Gecko tanzt cha-cha-cha mit meinen neuen Freunden. Ja, das ist schön. Go, Gecko, du kriegst einen Keks, wenn du das schaffst. Oh ja. Oh ja, dafür kämpfe ich jetzt. Oder was? Drücken sie die 1 für eine Massenkarambolage. Oder drücken sie die 2 für einen Gecko, der ganz bitter dolle weint. Halt die Klappe, Jack. Ich schaff das schon. Okay, weiter geht's, ne? Okay. Ja, so schaff ich's nicht. Moment, ich wollte ein bisschen Nahrung zu mir nehmen, ne? Ein bisschen hier mich stärken. Ja, okay, das bringt's nicht. Oh, wow. Ich hab fast alle Gerichte, das ist fantastisch, schon aufgebraucht. Ich hätte Schleichmedizin gehabt. Warum sagt ihr mir nichts? Du bist in meinen Streams auch immer schadenfreu, ich darf das also. Alles gut, ja, ja. Ja, ja. Essen wir erst mal das. Ja, schön. Gut, dann. So geht's mir gerade im finalen. Captain Totler bin mit 3 Mumien am Arsch und massig neue Freunde. Echt? Das muss ich mir angucken. Ja, ich bin... Ja. Ja.